Und Babsi, gib mal ein Statement ab für die Nacht. Ich mache hin, es sieht aus hier. Da ist nur ein Fahrzeuger. Oh Gott. Auch das schon wieder. Das nächste Gewitter. Das soll zum Mönnertag. Haben Sie heute den ganzen Tag schönes Wetter werden. Kannst? Warte. Warte. Wir filmen. Heiko, das hätte viel niedriger sein müssen. Was? Die Duschkabine, dass man mit dem Kopf drüber weggucken kann. Was niedriger? Naja. Was ist die Duschkabine? Naja, dass ich oben rausgucken kann. Kannst der Manu zeigen, dass im Video ein wird. Dass du siehst, was passiert meinst du? Ja. Was ich dazu sage. Nee, ich meine jetzt das. So. Ja, dass ich sehe. Was draußen passiert. Ich muss mein warmes Wärme ausziehen. Ha, ist geil! Jetzt, dass ich wusste, dass ich hier drunter muss, hätte ich noch ein bisschen Wärme nicht mehr. Das braune ist kacke, Heiko. Ja. Benni! Was? Benni! Was machst du da hinten? Nicht. Wir filmen dich jetzt, wie du rauskommst. Mit der Videokamera. Ja. Oh, schön. Heiko hat's schön gemacht. Mhm. Und dass das gereicht hat, da ringsherum, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Überlegen wir, jetzt haben wir noch eine Reserve. Den können wir oben drauf machen, als Sonnenschutz. Ja? Mhm. Guck. Das Hand ist doch nicht so, muss ich sagen was ist es ist. Hä? Ich würde sagen, warst du das Handüger? Warst du denn so? Na, hier oben zu mir weggegangen? Na ja. Kann man doch machen? Na klar. Na klar. So. Du du. Dass wir auch wirklich geloben, dass Detlef wirklich nass ist. Müssen wir jetzt mal da Haut, nachher her rangehen. Hast du die trocken gemacht? Ach ne, du hast die ja schon trocken gemacht. Dann deinen Kopf, warte, sieht man da noch was Nasses? Ja, man sieht es. Bin ich jetzt hübsch? Sehr schön. Bin sauber, frisch popo, sauber, nur sauber. Ja, das kann ich ruhig, die wachsen schon wieder. Dankeschön. Hast du alle gemacht komplett? Nein, ich schluck es noch dran. Na ja. Kannst du nicht wissen, die Beine waschen? Mhm, gut. Ja, machen, dass es nicht kalt wird. Will ich mich jetzt verstecken? Ich kann ja nüden. Ich kann ja nüden scheuchten, habt ihr hier durch die Kante ran, ne? Die Leute hier rum ran. So, warte mal, neue Stuppe brauchen. Haben wir gleich. Hunger, 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 wir haben einen Wursch. Wir wollen einen großen Wursch. Ja, Hunger, 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 wir haben einen großen Wursch. Das ist ein kompipel, eine große Wursch. Eiger! Ja, Hunger! Durch! Gut. Das ist Benni. Der Benjamin. Den können wir jetzt unseren Füchskings reinmachen. Ja, ja, so gut geht es den Bergfunker. Ja, ja. Was machten ihr da? Wir machen Fernsehen, gucken, weil schlechtes Wetter ist. Gucken wir mal einen kleinen Film. Drausenschein ist aber schon blaue Löcher. Ja, ja, das wird schön heute, habe ich schon gesehen. Da sind blaue Löcher drin. Blaue Löcher im Himmel. Oh, das ist das Einzige, was ich verlange, ist, den Gastdahnarzt. Hast du meinen Pickel auch mit drauf? Nein, ist so dunkel hier drin. Ich klicke bei Mutti auf die Brust, ich matsche die ganz breit. Ja, das ist ja noch kein Grund für irgendwelche Anstimmungen. Also ich dachte, das wird zu wenig für dich, Doni. Da haben wir die Flore mit reingeschmissen. Ich habe schon mit dem zu kämpfen, ja. Jetzt habe ich hier noch das Wetter und das habe ich gebraucht. Boah. Ja. Der Hund, und ich habe nicht geschaltet, also ich, was heißt geschaltet, ich hatte nicht so viel Geld im Haus, rief mich hier da Fritsche an, wo ich immer das Geld gleichkriege. Und mich an, du hast ein Problem. Ich sage, was denn, ich habe den Fotoberater mit einer Radeburg geschleppt. Aha. Ich sage, na, schönen Dank. Pass auf, was er sagt, hast du 100 Euro im Haus? Ich dachte, nee, du kaufst den Fotoberater und dann bezahle ich dir die ganze beiden Wörter. Und ich habe da keine 100 Euro im Haus gehabt. Ja, was habe ich gemacht? Und ich sage, nee, ich komme noch Radeburg. Hähnchen geht schnell, aber achso, das musst du viel höher machen, das Ding. Na ja. Das wird das nie was. Weißt du, wie geht's jetzt? Ich mache es hoch. Eine Tasche höher. Mach, ich mache es nicht. Hähne, ich mache es. Oh, Papa, bin ich jetzt vom Ersten? Nimm den, der macht mal eins. Der spür doch selber, du bist da dran. Oh, den spür ich selber, die ganze Runde. Du bist dran. Der gewinnt noch. Scheiße! Gut vor dem Ziel. Gut vor dem Ziel. Ach so, jetzt können wir ihn haben. Warte mal. Oh, drei, vier. Das ist heute Ragen. Ach, Müller, wollen wir auch hier kommen? Das ist hier diese komische reuthaurige Muschi da. Ah, das ist ein komische Stiefel. Das ist eine Regelart. Warte mal. Warte mal.